ja einer ist aus dem fenster gerade gesprungen noch nicht feuern was machen die ich weiß nicht vielleicht bewegen sich nach healing warte mal ab bewegen mich schon mal vorsichtig hier nach rechts ja ich halte erstmal die straße hier leute ja sind auf dem weg auf dem feld nach healing bei dieser scheune treffer ist tot ja sehr schön black coat das andere andere ist glaube ich reingelaufen treffer ping mal ich gehe außen an der mauer rein irgendwas getroffen aber ich glaube nicht sie rennt bei mir außen rum kaum zu glauben dass die carbine ist einer der besten waffen ist ich meine schau dir dieses stück scheiße zukunft die menschheit zurückgeworfen ist um viele hunderte jahre hat eine waffe die zeit und die apokalypse überdauert das stück scheiße hier das ist folgendes stück scheiß hard counter to mösen schnieper ja alles es reicht halt auf den preis zu gucken weißt du 30 dollar versus 700 ne 80 80 kostet 80 ja gut 80 dollar versus 700 totally balanced hier den clip einfügen wie ich dem typen gerade in den kopf geschossen habe im tor flatsch turm headshot tot blöde ich wäre so seienzig wenn ich den snipe im tor und hätten den scheiß lagant bekomme an den zügen vorbei läuft er Richtung lawson hinter den zügen ja Ja. Seh ich. Muss mich heilen. Ja, mach. Au. Ah ja, klar, dass der Akku geht. Toll. Immer noch am Hügel. Ich geh mal rechts herum. Jo, ich halte die Stellung. Naja, waps. Ich bin dann bei dem Baum hinten. Jo. Der geht auf die, der Emo. Ja. Rotieren rechts. Zurück nach Blau. Au. Sind nach rechts drüber rotiert. Ja. Das war aber ein Zombie gewesen. Das war aber kein Zombie gewesen. Noch ein Team, glaub ich. Einer weg. Ja, nice. Noch ein Team, ja. Ja, er muss hier erstmal rotieren und teilen. Und dann können wir Richtung Blau, weil das ist eine super Scheißposition, die wir da haben. Ja. Erstmal hier ein bisschen Luft. Ja. Ach, Scheiß, müssen wir nochmal heilen. Na, Land Officer und Sparks. Ja, genau. Das waren doch Dolchschüsse, oder? Kann sein, ne. Okay. 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 Push, push, push. Ich heile mich kurz. Also ich loot den, um Heilung zu bekommen, so rum. Hat geklappt. Hat geklappt. Hat nicht geklappt. Hier rechts, oder was? Hier links, links rum. Also bei dir rechts. Weg. Lord. Wird das nicht so perfekt von mir versteckt? Ich hab den kein einziges Mal gesehen. Nee, ich hab nur irgendwann Schritte gehört. Und das hat mich gewundert. Aber da, das, da fehlt doch immer noch einer, oder? Alter Boy, nee. Ich glaub, äh, der Teammate liegt nämlich hier. Kommst du? Die sind direkt an der Mauer bei mir. Ja, ja. Überzahl. Okay. Bin am Start. Ah, die sind drin. Headshot. Nice. Uh, ich bin mir. Ja, ich komme. Oh, Schotti. Fuck. Hier direkt drin, ja. Ja, soll mal rauskommen. Verbrennen mal, verbrennen. Jetzt hinter die Mauer, oder was, ja. Geht links raus. Okay. Lol. Easy Click, Alter. Nagernd OP. Warte, ich hole mal kurz Bounty und checke. Ja, das muss eigentlich clear sein. Ja, ist auch totes clear. Easy clap, Alter. Ich hab überhaupt nicht gewusst, dass der da neben mir ist. Ja, nö. Aber ich glaub, die haben auch immer noch nicht gerafft, dass wir da waren, so wie die sich benommen haben. Die sind ja hier total sorgenfrei ballernd rein. Äh. Wahrscheinlich in deren allgemeinen Aufregung des, äh, Rennens da nicht mitbekommen, dass da möglicherweise... Der hat... Oh! Ah! Hier! Guck mal! Guck mal, was der hatte. Das war ja nochmal gefährlich hier. Ja.